Hier haben wir nochmal ein schönes Beispiel für unsere fugenlose Wandpanel. Wir können solche Regalnischen in jeder Größe, in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Lichtern, also farblich oder normales Licht ausstatten und haben hier trotzdem immer eine schöne Ablage, absolut dicht und sehr reinigungsfreundlich. Diese WSP Wände bekommen Sie bei uns in jeder Größe, in jeder Farbe, mit verschiedenen Dekoren, hier mit dem Rosenmuster, in verschiedenen Oberflächen, also auch ganz in matt. Ebenso die Duschwanne in allen Größen, in allen Farben und in verschiedenen Oberflächen. Wir haben hier auch eine Wandsarge zur Wand hin, die hinter der WSP Wand verschwindet. Das heißt, der Duschboden ist absolut dicht, die Kapilarwirkung von 3,5 cm des Wassers ist damit unterbunden und es kann kein Wasser in die Wand eindringen. Die Reinigung der Duschtür erfolgt ganz einfach. Sie entfernen den Duschknopf, wischen einmal rüber, Duschknopf wieder rauf und alles ist sauber. Das fugenlose Wandanschlusspanel, das bedeutet einfache Reinigung. Nach dem Duschen schafft es selbst der Mann, dass alles wieder glänzt. Müller für schönere Bäder aus Frammersbach. Dusch-WC Aqua Clean Mera von Geberit Das Dusch-WC können Sie testen in unserer Ausstellung auf den Gästetoiletten. Genießen Sie einfach das wunderbare Gefühl, gewaschen und geföhnt zu werden. Keine Arbeit mit dem Putzen, denn das WC reinigt sich von selbst. Optional bekommen Sie die Lady-Dusche, das Nachtlicht und die Sitzheizung auf dem Tor. Müller für schönere Bäder aus Frammersbach 3. Untertitelung des ZDF, 2020